Herzlich willkommen zum Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV. Ein geordneter Brexit ist seit dem vergangenen Wochenende wieder etwas wahrscheinlicher. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. Denn die entscheidende Feuertaufe steht Theresa May erst noch bevor, nämlich dann, wenn es um die Abstimmung im britischen Unterhaus geht. Wie geht es also möglicherweise weiter in Sachen Brexit? Genau das wollen wir jetzt klären mit Kemal Bakhti von der BNP Paribas. Herr Bakhti, was glauben Sie denn, wie geht es nun in Sachen Brexit weiter? Eine Zustimmung im britischen Unterhaus scheint in diesen Tagen wackeliger denn je. Ja, guten Tag Herr Zulek. Tatsächlich war dieser Teilerfolg für die Premierministerin nur von kurzer Dauer am Sonntag. Fast drei Jahre nach dem Votum erzielt sie nun eine Vereinbarung mit der Europäischen Union. Aber es hagelt Kritik von allen Seiten des Parlaments, das letztlich noch die Zustimmung gewähren muss. 650 Abgeordnete sind angehalten und da wird es im Moment schwierig. Jedoch ist es so, dass die Wirtschaft nichts mehr fürchtet als einen ungeordneten Brexit am 29. März des nächsten Jahres. Und das scheint auch das wichtigste Argument der Premierministerin zu sein, dass sie eben mit einem ungeordneten Brexit droht. Der würde dann zu den berüchtigten Lastwagenstaus und Probleme im Flugverkehr und vielleicht sogar mangelnde Medikamente im Krankenhaus führen. Und deshalb scheint also das scheint hier im Moment das wichtigste Argument zu sein gegen ihre Gegner. Eine mögliche Ablehnung im britischen Unterhaus würde Großbritannien und Brüssel vor unwägbare Herausforderungen stellen. Welche wirtschaftlichen Konsequenzen wären denn aus ihrer Sicht im Falle eines britischen No zu befürchten? Ja, die wären vermutlich verheerend. Auch jetzt schon spürt zum Beispiel die deutsche Wirtschaft, dass die Ausfuhren nach Großbritannien gefallen sind. Um vier Prozent im vergangenen Jahr entgegen des Trends im Rest Europas. Und auch der britische Pfund dürfte sehr deutlich reagieren. Aus Sicht unserer Analysten zum Beispiel würde bei einem ungeordneten Brexit könnte der Euro die Parität zum britischen Pfund durchbrechen. Insgesamt hält die Unsicherheit ohnehin im Moment auf. Und das, also das britische Pfund dürfte jetzt in nächster Zeit vielleicht sogar etwas schwächer tendieren. Aber an sich ist der Ausblick für die Wirtschaft, für die Wirtschaft Großbritanniens gar nicht so schlecht. Unsere Analysten gehen davon aus, dass die Zentralbank die geldpolitischen Zügel locker halten dürfte und die Wirtschaft in Großbritannien um etwa 1,6 Prozent im nächsten Jahr wachsen dürfte. Nach mageren 1,3 Prozent in diesem Jahr setzt voraus, dass eben der geordnete Brexit gelingt. Wird eine drohende Hängepartie nicht langsam, aber sicher zur Belastung für die britische Wirtschaft oder auch das britische Pfund? Muss man nicht langsam sagen, lieber ein Ende mit Schrecken als gar kein Ende? Also politisch kann ich mich dazu nicht äußern. Aber wirtschaftlich ist das sicher so, dass ein geordneter Brexit in jedem Fall zu bevorzugen ist von allen Seiten. Man merkt auch, die Unsicherheit würde auch bei einem geordneten Brexit über dem 29. März hinaus anhalten. Denn am Ende stellt sich schon die Frage, welche Handelsbeziehungen zur Großbritannien, die EU, in welcher Form unterhalten werden kann. Aber die Hoffnung ist groß, dass eben hier ein geordneter Brexit vollzogen wird. Alles andere wäre mit noch mehr Unsicherheit verbunden. Und das würde die Märkte vermutlich die Volatilität nochmal deutlich anziehen. Wie gesagt, würde das verheerende Folgen auch für den britischen Pfund vermutlich haben, wo dann der Euro nochmal erheblich stärker wird. Obwohl der britische Pfund ja in den vergangenen drei Jahren schon deutlich zum Euro gefallen ist. Und heute natürlich wieder der Blick auf den Ölpreis. Die Abwärtsdynamik hat sich am vergangenen Wochenende noch einmal beschleunigt. Was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe für den jüngsten Preisverfall? Ja, es gab einen deutlichen Ausverkauf des Marktes. Die Ölkontrakte, auch am Terminmarkt sehen wir, dass die Long-Positionen deutlich abgebaut werden. Die Short-Positionen nehmen zu. Es gibt eine allgemeine Angst vor einer Verlangsamung der Weltkonjunktur. Auch die Aktienmärkte tragen zu diesen Reaktionen bei. Insgesamt sind unsere Analysten jedoch weiterhin positiv gestimmt. Denn selbst wenn es großzügige Ausnahmen gegenüber dem Iran gibt für die engsten Partner der USA, sehen unsere Analysten Probleme beim Angebot seitens Venezuela, seitens Libyen, Nigeria. Also das Ölangebot ist weiterhin knapp. Und auch bei der OPEC-Sitzung am 6. Dezember wird die OPEC vermutlich weitere Kürzungen beschließen. Und das würde das Angebot noch weiter verknappen. Wir haben eine zunehmende Nachfrage jetzt gesehen. Und aus Sicht unserer Analysten ist eben der Markt angespannt. Das US-Öl, das eben durch das Fracking jetzt ordentlich an Dynamik hinzugewinnt, wird vermutlich nicht vor Ende 2019 auf den Weltmarkt im großen Stil kommen können. Das hat einfach damit zu tun, dass die USA noch keine ausreichende Exportinfrastruktur für ihr Öl aufbauen konnten. Und trotzdem wundert sich der eine oder andere Verbraucher hierzulande. Deshalb die Frage, weshalb kommt denn der jüngste Preisverfall eben nicht an den Tankstellen an? Ja, dazu gibt es ja verschiedene Argumente seitens der Logistik und der Transportvereinbarungen. Aber wünschenswert wäre es sicherlich, dass irgendwann auch bei den Verbrauchern die niedrigeren Preise ankommen. Das könnte vielleicht die Konjunktur auch nochmal ordentlich anschieben. Denn nach dem heutigen IFO-Index-Ergebnis zeigt sich, dass eben die wirtschaftliche Erholung in Deutschland vielleicht doch noch auf sich warten lässt. Abschließend, wie immer noch die Frage, welche Werte, welche Produkte statten zuletzt bei Ihren Anlegern im Fokus? Ja, wir sehen eindeutig, dass unsere Kunden sich wieder long positionieren. Im DAX-Rege wird natürlich der Ölpreis gehandelt nach den starken Bewegungen am Freitag von über 5%. Und auch Wirecard ist wieder ein Thema. Kemal Bakci von der BNP Paribas, vielen Dank nach Frankfurt. Sie, liebe Zuschauer, schauen Sie auch nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, Thema der Woche bei Börse Stuttgart TV.